Doch, ich kann reden. Ja, mit dir selbst. Das ist mir doch egal. Du hast doch kein Headset. Wo sind die? Ja, die sind bei... bei... Risky Beards, oder wie der Scheiße heißt, da. Wo genau kann ich dir nicht sagen. Die haben gerade in der Mitte abgebaut. Und wenn die Mets sammeln, machen die mir nichts für Danks. Warum kann ich hiermit nicht auf den Boden schießen? Für Heilung für dich. Hey, was ist das denn was? Hä, was für Heilung für mich? Die hier ist ein Bazooka. Die bringt mir nichts. Ich hab kein... kein Wildlife. Äh, kein. Nein, ich wollte ja einfach so einfach gerade verschießen. Das geht das nicht. Mitspielen kostet 5 Euro durch das Königsinformationen. Das ist richtig. Mit Headset kostet es 10. Geht auf dich? Ja. Ich will mich mal ganz schnell weg. Oh! Was? Hast du einen Snipe? Ja, ich hab den Headshot Quicksilm reingedrückt. Ohohoho. Wenn ich dafür jetzt nur einen Beweis geben könnte. Ja, wenn ich jetzt nur einen Streamlauf hätte. Einfach nichts. Hier ist Legend einfach nichts. Boah, Aponierer. Und du sagst nix. Ich hab... ah, die AR würde ich mitnehmen. Oh mein Gott, war der schön.